Wollen wir Ihnen zeigen, wie das beliebteste Eis der Deutschen entstanden ist, das Spaghetti-Eis. Erdbeeren wäscht Dario Fontanella als Zutat für sein Spaghetti-Eis. Denn er hat es erfunden, vor 50 Jahren. Er hatte in Italien gesehen, wie man Esskastanien durch eine Spätzlepresse drückte für eine Süßspeise und dachte sich, das geht auch mit Eis. Da habe ich mir natürlich eine Kartoffelpresse bzw. eine Spätzlepresse gekauft und habe erst mal probiert. Dann sagte mein Vater, probiere das mal mit Vanille-Eis, weil das hat ja dieselbe Farbe vom Teig, von der Nudel. Und so habe ich das nochmal probiert und tatsächlich war ein Teller Spaghetti aus Eis entstanden. Spaghetti aus Eis. 17 Jahre alt war er damals, 1969. Heute hat er seine Erfindung perfektioniert. Alles muss stimmen. So, jetzt haben wir 25% Frucht-Zuckergehalt. Der Vater wollte anfangs von seiner Kreation nichts wissen. Ich war natürlich begeistert über diese Form, über diese Erfindung und wollte das natürlich testen bei den Kunden. Mein Vater sagte, komm her, das ist eine Spielerei. Und da habe ich so lange rumgemacht, bis ich eben die Erlaubnis bekam, auf die schon gedruckte Eiskarte zusätzlich zu schreiben, neu Spaghetti-Eis. Da bindet sich Luft zwischen den verschiedenen Schnürchen, deswegen ist es sehr leicht und bekömmlich. Papa Mario war Anfang der 30er Jahre aus dem Wald Soldano, der italienischen Geburtsstätte aller Eismacher, nach Deutschland gekommen. In Hannover eröffnete er seine erste Eisdiele, siedelte dann nach Mannheim um. Der Sohn ging weiterhin zur Schule, in Italien. In den Ferien half er im Geschäft, in Deutschland. Als ich dann kurz vor dem Abschluss von der Schule, habe ich eben die Schule beschmissen. Natürlich war mein Vater nicht glücklich über diese Entscheidung von mir, aber ich wusste, was ich will. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, du wirst mal sehen, eines Tages wirst du stolz auf mich sein. Die ersten Kunden mussten auch überzeugt werden. Manche Kinder waren so schockiert und enttäuscht natürlich, weil sie wollten auch ein Eis haben, wie die Eltern. Und haben jetzt auch einen Teller Nudeln auf dem Tisch. Und die waren eben, manche haben eben ein langes Gesicht gezogen, andere haben vielleicht ein paar Tränen, weil die sich gefreut haben auf ein Eis. Und dann haben die Eltern, haben eben gesagt, nein, das ist Eis, musst du mal probieren. Dario durfte mit Papas Segen sein Glück als Gelatiere versuchen. Es war das zweite Mal, dass er seinem Sohn vertraute. Und der Beginn einer Erfolgsgeschichte. In keiner deutschen Eisdiele fehlt heutzutage das Spaghetti-Eis. In 180 Supermärkten wird es verkauft. Sterneköche servieren es. Auch wenn das Spaghetti-Eis jeder kennt. Seiner Finder ist nur wenigen bekannt. Denn sein Anwalt machte Dario Fantanella damals keine Hoffnung auf ein Patent. Da habe ich ihm gesagt, der Dr. Stapp, so hieß er, ich möchte, dass diese Spezialität mir gehört. Können Sie da was machen? Und dann sagt er mir, hättest du die Spätzlepresse oder die Kartoffelpresse erfunden, dann könnte man was machen. Aber so hat das keinen Sinn. Jeder kann das nennen, diese Eisspezialität, wie er möchte. Inzwischen werden 25 Millionen Portionen Spaghetti-Eis jedes Jahr in Deutschland verkauft. Auch ohne Patent. Dario Fantanella hat seinen Weg gemacht. Vom Schulabbrecher zum Eiserfinder. Ich kann ausüben, ein Traum, den ich schon als kleines Kind hatte. Ich wollte immer diesen Beruf ergreifen. Habe ich gemacht. Spaghetti-Eis ist weltbekannt geworden. Ich habe mein Versprechen mit meinem Vater gehalten. Und also besser kann es mir gar nicht gehen. Das Spaghetti-Eis und sein Erfinder. Sie sind ein Glück für den Sommer. Ich habe mein Versprechen mit meinem Vater gehalten.